bitte du musst mir helfen ich habe einen krieg angezettelt dicker ein nee kannst du knicken alter das kann ja da kann ja sowas von knicken also wirklich nie in aller herrens also die machen wir fangen wir gar nicht an hier so wir bauen erst mal ein weiteres schiff wir haben unsere kanonproduktion noch so wird hier immer 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 schwieriger ok gut so das schiff ist auch machen dann können wir erst mal abladen so und danach können wir das zinkwerk zementwerk eröffnen feierlich erbauen so brauchen natürlich eine anbindung an die straße und kriegt hier auch noch einmal eine lagerhalle noch mit in ordnung so und dann werden wir es jetzt so machen wir werden jetzt holzbretter 50 mitnehmen wir werden stahl 20 mitnehmen wir werden ein bisschen stein mitnehmen und wir haben dann jetzt eine neue insel besiedelt und zwar wenn die besiedelt die schön groß und wir haben hier im teils zink wir haben stein wir haben eisen wir haben leben und ja weil wie gesagt kopf haben wir ja uns wird jetzt wirklich nur dieses zink vorkommen genau so und trauen kann man ja auch an pflanzen was wir hier nicht an pflanzen können genau so also das heißt wir suchen uns hier mal einen vernünftigen hafen raus wo wir uns einen hafen anlegen können hier hinten nicht dann haben wir den hier vorne nach so die expedition hat sich auch schon wieder zu wort gemeldet so verheerender die riesige schwimmende algenteppich in den tropischen gewässern gelagte ganze zeit über und passen war als sie gerade dachten ihr schiff hätte die gelb orange pflanze erfolgreich gemieden entdeckten sie einen anderen ein anderes schiff dessen alarmglocken schritt er steckt fest ihre mannschaft hat keine rettungsausrüstung dabei und wurde gefahr laufen sich ebenfalls zu verheddern wo wollen sie versuchen zu helfen muss sicher muss sichere entfernung helfen die haben tun und machen und ein perfekter schuss mit gehen mit genauen bemessbaren schusskraft und präzise ausrüstung schlägt die ansteuerbaut und das deckengeblieben des schiffes ein ohne dabei den rumpf allzu sehr zu beschehen die mannschaft an bord behindert die seile an den regnungen und wartet auf ihr kommando ein woher an die improvisierte seilbahn befestigen und den transportmobilplatz schaffen geschickt die säkler zu aufräumen am seil rüber zu klettern glauben wir machen geschick ach du scheiße die boi löst sich beim ersten rettungsversuch sobald einer der seeleute die vorrichtung erklimmt rutscht sie ab und lässt ihn ins wasser stürzen durch die wellen teilen sich die algen und offenbar wie unbedeutsam das hinternis war es war die windstille und nicht die pflanzen das schiff an der an der weiterfahrt gehindert hat die mannschaft beider schiffe sehen hilflos zu wie der mann im klaren wasser ertrinkt bevor sie bedrückt und voller scham die rettung fortsetzen okay es ist blöd gelaufen aber was bei mama was bei mama okay so gut das schiff hier ist das schon auf lege so und dann werden wir von hier aus und auch schnappen ja auch noch mal ein bisschen holz aufladen so genau ob es gut kommt man sich zum dienst anfangen und schicken das jetzt auch schon mit hierhin und und dann werden wir bei uns neue insel besiedeln für die weiter produktion so möglich wenn haben wir ja auch das schon mal sehr gut ja ich muss jetzt noch ein bisschen warten dass wir ja am tag kürzt morgen weil wir erst mal steil beton produzieren müssen beziehungsweise brauchen wir erst mal hier zement aber zement können wir eigentlich uns auch anfordern wird sich ok sonst läuft das hier erstmal alles jahr schon mal ganz in ordnung kann sich blicken lassen 1,6 miller das ist ordentlich wir können ja in der zeit ja schon mal was wird hier die schule was wird hier die schule was wird hier auch die schule du musst denn die schule hier haben doch hier auch eine schule versteht das nicht jetzt steht euch noch nicht so blöde an ja oder hilft das hier vielleicht so ein zwischenweg mit hinzubauen wenn sie haben auch probieren vielleicht wirkt das ja was wir gucken mal wir gucken mal ob das hier was bewirkt so aha guckt auch ein aber ein jahren sie gleich die viel bessere anbindung hier an die schule sind einfach zu wenig wege naja ist in ordnung so jetzt müssen wir aber erstmal hier wieder ein paar berufstoffe sparen genau so und der geschäft ist jetzt schon unter beschoss 3 das schiff ein 1,2 ganz ruhig komm also ist ja gerade mein ist schon für es tart meint ist gerade wichtiger in ordnung es geht es ja irgendwie gerade aktuell nicht so gut vorhanden muss man sagen musste mich auch langsam mal wieder so ein bisschen freig sein kann man dass wir die also könnten die jetzt eigentlich hochbrüsten von dinge aber ganz gerne vielleicht noch ein bisschen abwarten erst mal los hier ist wie voll oder so gar nichts mehr hier läuft gar nichts um weizen als name an hier mit dem produktion ja so kommt ja 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 stimmt weil sich weizen qualitätsart gut irgendwo oder haben gesagt dass wir weizen anspflanzen können ich hatte nie eine Insel gehabt hier in diesem Spiel, wo ich kein Weizen auf irgendeiner Insel hatte. Haben wir hier irgendwas am Weizen? Nein, haben wir nicht. Schick mal das Schiff hier rüber. Manchmal haben wir hier ein bisschen Glück. Manchmal. Aktuell gerade nicht, aber vielleicht dann mal gucken. Mal gucken. So, und das andere Schiff ist auch gleich da. Sehr gut. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, kann man gleich unsere dritte Siedlung eröffnen. Wollen wir mal ein bisschen gucken, dass wir die Bilanz wieder ein bisschen höher bekommen und das dann nicht mehr so niedrig bleibt. Ich werde jetzt hier noch die drei Häuser hier hochbauen. Das werde ich jetzt hier auch noch hochbauen. So, dann haben wir hier zwei Siedlungen und hier. Oh, sehr schön, dass das hier so rund ist. Ja, sieht gut aus. So. Okay. So. Das Schiff kommt auch ein. Hier, Beton wird auch jetzt hergestellt. Oder Zement. Was auch immer. Ja, Zement läuft. Perfekt. So muss es, so muss es, so muss es, so muss es. So. Okay. Wie auch mal. Ich habe keine Kartoffeln. Aber Kartoffeln, aber die Qualitätssaatgut haben wir doch. Ja, die Qualitätssaatgut für Fentoffeln. Ein großer Moment für unser. Perfektor. 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 So. Einfach mal stehen jetzt. So. Dass man Funder bauen kann. So. Okay. So. Dann kannst du nach Hause abreisen. Oh, Expedition kehrt zurück. Expedition kehrt zurück. Perfektor. Was haben wir denn jetzt? Fernandspura. Krünche. Immunitätsbrief. Krünsicher. Krünsicher. Kräbherrbrief. Krünsicher. Angriffsgeschwindigkeiten. Ah, okay. Nach Wochenlagern, Irren, Irrum und Wirkungen kehrt die Expedition umversehrt zurück. Sie haben den Piratenschatz entdeckt. Nachdem sie gefürchtete Freiberge versenkt werden konnten, hat eine Durchsuchung des auf Grundliegendes Fracks verdienten Belohnungen zutage gefordert. Okay, sehr schön. Schön, schön, schön. Gefällt mir. So, okay, jetzt haben wir hier. Ist die alle schon drin? Oder was? Ah, ist das drin. So, jetzt haben wir eine neue Insel, Freunde. Wir haben eine neue Insel. So, das Schiff schicken wir jetzt auch wieder hier nach unten. Und, ja. So, dann würde ich sagen, geht das auch sofort los jetzt hier. Und zwar müssen wir uns erstmal hochbauen. Aber erstmal gehen wir in den Inselnamen. Also wir haben Döber, wir haben Friedrichshain, wir haben Großkölzig. Dann wird diese Insel, Wort, Wort, Luskau heißen. Oh, schön für die Konkurrenzen. So, das muss kommen. Das muss kommen. Das muss kommen. Das ist doch. So, okay. Wir brauchen erst einmal hier Menschen. Also, wie das heißt, wir müssen erst mal. Wir brauchen erst mal ein paar Wege. So, hier auch. So, okay. Dann brauchen wir ein Radplatz. So, kommt hier auch eine Straße hin. Da kommt auch noch eine Straße hin. Und dann kommen jetzt hier ein paar Wannhäuser hin. Eins, zwei, drei. Das passt ja hier auch herausfordernd. zack 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 und zack und zack so und so würde ich vielleicht doch schon gerne einheitlich haben wollen ja wie auch bei den anderen häusern und so erste worte habt ihr schon gehört wir sind krieg sehr schöne worte die ersten worte hier auf dem dorf hier wunderbar aber wenn wir vorher so okay dann werden wir auch jetzt erstmal hier uns um holz kümmern so okay reicht das reicht natürlich nicht okay so und und dann kommt erstmal ein lagerhaus hier mit hin und dann können wir gleich noch einmal eine siedlung hier mit häuser bauen zack und dann brauchen wir erstmal eine fischreihe was die säule dann ja auch vernünftig im fisch abholen können so vielleicht noch mal eine reihe hin hier sicher ist sicher so so okay gut 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 so okay 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 okay